Thomas Eben macht gute Fortschritte. Wir machen am Anfang der Woche eine Testbatterie mit ihm. Da sieht man, dass die Tests besser werden, dass er weniger Schmerzen hat. Mittlerweile sind wir mit ihm regelmäßig am Platz draußen. Wir machen Balltraining mit ihm, Trainationsleiter, Läufe. Das ist definitiv ein Weg der Besserung. Ich finde guter Dinge, dass er eigentlich bald wieder zurück kann zur Mannschaft. Ich bin auf jeden Fall schon auf einem guten Weg. Ich kann eben schon am Platz draußen etwas machen. Eben noch nicht mit der Mannschaft, aber eben ein eigenes Programm für mich, wie Koordinationsleiter oder schon Läufe mit dem Ball etwas. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Es kribbelt schon unglaublich in mir. Am liebsten würde ich sofort wieder dabei sein bei der Mannschaft. Aber leider ist es noch nicht so weit. Ich brauche noch ein bisschen. Ich hoffe aber natürlich, dass der letzte Rest, dass ich wieder richtig fit bin, bald zurückkommt. Ich schوف, bitte. Ich schwebe meinen, bald zurück. König an diese Bergärchen. Vielen Dank.